Der Distelfalter gehört zu den Wanderfaltern, die aus dem Mittelmeerraum und sogar Nordafrika jedes Jahr von Mai bis August nach Deutschland einfliegen. Sie können dabei bis zu 15.000 Kilometer zurücklegen und überqueren sogar die Alpen. Besonders viele Falter kommen zu uns, wenn die Witterungsbedingungen in ihrer Heimat zunächst eine starke Vermehrung begünstigen und durch nachfolgende Trockenheit ein Nahrungsmangel entsteht. In solchen Jahren kann es zu einem Massenauftreten in Süddeutschland kommen, in deren Folge insbesondere Sojapflanzen als Ersatznahrung dienen und durch Raupenfraß stark geschädigt werden. Die Falter haben eine rotbraune Grundfärbung mit unregelmäßig geformten weißen Flecken auf dunklem Grund. Der Körper ist pelzig-orange behaart und die verdickten Fühlerenden sind an der Spitze weiß gefärbt. Die Unterseite der Flügel erscheint heller und die weißen Flecken sind lebhaft verteilt. Auf dem Hinterflügel sind fünf kleine Augenflecke in einer Reihe angeordnet und sollen Fressfeinde abschrecken. Häufig ist der Falter auf Disteln beim Saugen von Nektar zu beobachten, wodurch sich die Namensgebung erklärt. Die Eier werden ab Ende Mai einzeln auf die Blattoberseite der Sojablätter abgelegt. Sie sind grau-grün gefärbt und haben eine kegelförmige Gestalt mit Längsrillen. Der Befall zeigt sich zunächst an gespinsten, eingerollten Blättern und grünlich-schwarzen Kotkrümeln. Später sind die Raupen und der dadurch verursachte Lochfraß an der Sojapflanze deutlich sichtbar. Der Befall ist innerhalb des Feldes oft in Nestern konzentriert und meist in der Nähe von Disteln. Die bis vier Zentimeter lange Larve ist schwarz mit einer hellen Seitenlinie und mit Dornen bedeckt. Bei den jungen Raupen sind die Dornen schwarz, später weiß und verästelt. Die Junglarve lebt auf der Blattoberseite zunächst unter einem schützenden Gespinst. Später spinnt sie ein Blatt tütenförmig um sich herum zusammen. Ältere Raupen halten sich dann aber ungeschützt fressend auf den Blättern auf. Die Larven verpuppen sich schließlich kopfüber, von einem Trieb hängend in einer sogenannten Stürzpuppe. Nach drei bis zehn Wochen schlüpft daraus eine zweite Faltergeneration. Im September und Oktober fliegen sie zurück in die Überwinterungsgebiete des Mittelmeerraumes. Vorbeugend gegen einen Befall sollte eine Verunkrautung der Felder mit Disteln vermieden werden. Ab Mitte Mai sollten zudem die Bestände auf Distelfalter und deren Eigelege kontrolliert werden. Als Schadschwellen gelten 20 Raupen je Meter Sojareihe oder ein bis zwei Befallsnester je 100 Quadratmeter. Bei Überschreiten dieser Schadschwelle können Pflanzenschutzmittel auf Basis von Bacillus Thuringiensis Aizavai angewendet werden. Dabei sollten rechtzeitig die empfindlicheren Junglarven bekämpft werden.